. 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 Kaffee? Gerne. Ich bin fix und fertig. Ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das hat die Alte einfach ja. Ich hab das nur so gefragt. Willst du einen Kaffee? Da antwortet die einfach. Das war dann nur eine Fraskel. Mir ist bald die Schrippe aus dem Gesicht gefallen. Da baggert er die beim Frühstück an. Willst du einen Kaffee? Das ist der älteste Spruch, den es gibt. Alter, ey. Sorry, der Joe, der hat mich so was von überrumpelt. Das ist so ein geiler Sack. Ja, okay. Ich nehm den Scheiß Kaffee. Aber ich steig trotzdem uns verrecken nicht mit ihm ins Bett. Ey. Ey, Kaffee? Ey, darum geht's doch gar nicht. Ey, ich hab nen neuen Hit. Ich bin ein Trottel und ein Superstar. Ey, wie viel Uhr? Hör mal, sorry, will der mich verarschen? Uhrzeit, Uhrzeit. Ey, woher soll ich die Uhrzeit wissen? Bin ich Gott? Ey. Das war ne Provokation vom Ole. Der weiß ganz genau, dass ich mir im Moment keine Uhr leisten kann. Das zeile ich ihm heim. Ja. Also, wenn du mich fragst, ja, dann wollte der Ole dem Joe ganz klar einen reinwichsen. Der weiß doch, dass er keine Kohle für ne Uhr hat. Ey, Uhrzeit? Ey, Leute, darum geht's doch hier gar nicht. Es geht doch darum, dass ich nen Riesen-Hit habe. Ey, ich bin bescheuert und kein Superstar. Ey, Leute, sollen wir eigentlich ein bisschen Fernsehen? Ey, Fernsehen? Ja, was spinnst du? Da läuft doch eh nur Scheiße. Scheiße, ey. Sorry. Switch. Switch. Switch.